Herzlich Willkommen zum heutigen Active Directory Tipp. In der heutigen Session geht es um das Thema PowerShell Remote Verwaltung. Was ich genau damit meine, das zeige ich Ihnen gleich jetzt. Ich befinde mich auf einem System, auf einem Service System mit dem Namen DC01. Es ist ein Domänencontroller, das spielt aber keine Rolle. Die Remote Verwaltung auf einem Windows Server Betriebssystem ist standardmässig aktiviert. Das sehen wir hier. Das heisst jetzt also, wenn ich zu einem Client-System navigiere und von dort aus eine Session starten möchte, dann funktioniert das direkt. Ich habe hier einen Client mit dem Namen Client01 und ich möchte direkt eine Verbindung aufbauen. Das heisst also, ich starte die PowerShell. Die PowerShell startet. Ich verwende den Befehl Enter PS Session und dann gebe ich den Computernamen an, minus Computer Name, Abstand DC01. Drücke die Enter-Taste und ich bin verbunden mit dem DC01. Wir sehen hier, da steht DC01. Wir haben also erfolgreich eine Session aufgebaut zu diesem System. Okay. Was aber, wenn wir das Ganze von der umgekehrten Seite starten? Das heisst, ich navigiere zurück zum DC01 und dann öffne ich ebenfalls eine PowerShell-Session. Und jetzt verwenden wir auch wieder Enter PS Session, Abstand minus Computer Name und dann Client01. Client01 ist das System, welches ich vorhin eben verwendet habe. Drücke die Enter-Taste und jetzt warten wir und wir warten noch ein wenig und noch ein wenig und es wird in ein Timeout hinauslaufen. Es geht nicht, die Verbindung funktioniert so nicht. Warum? Weil das Remote Management nicht eingeschaltet ist. Sie sehen, es konnte keine Verbindung aufgebaut werden. Wir sehen auch die Meldung, weil zum Beispiel Windows Remote Management nicht eingeschaltet ist, also der Dienst nicht eingeschaltet ist. Auch die Firewall-Regeln fehlen, etc. Aber was braucht es denn, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann? Das zeige ich Ihnen wieder beim Client01-System. Ich verwende das Commandlet set minus wsmanquickconfig. Drücke die Enter-Taste und hier erhalten wir nun die Aufgaben, welche abgearbeitet werden müssen, damit das Windows Remote Management funktioniert. Zuerst einmal wird geprüft, ob der Dienst gestartet ist. Dann wird der Dienst-Typ auf automatisch gestellt. Es werden die entsprechenden Listener eingerichtet. Es wird die Firewall-Regel konfiguriert, etc. Also, das müssen wir alles vorbereiten, damit das funktioniert. Ich werde jetzt hier das Ganze abbrechen mit Nein. Ich möchte es nicht konfigurieren. Aber muss ich jetzt zu jedem PC-System, zu jedem Client-System, ich sage jetzt mal so, springen, damit ich das aktivieren kann? Also muss ich im Prinzip den Turnschuh-Administrator spielen? Nein, das müssen Sie nicht. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das funktioniert mit einer Gruppenrichtlinie. Ich navigiere zurück zum DC01 und ich suche zuerst einmal das Werkzeug Active Directory Benutzer und Computer und der Client01 ist in der Organisationseinheit Desktop abgelegt. Das heisst also, wir müssen das Gruppenrichtlinien-Objekt bei dieser Organisationseinheit verknüpfen. Starten wir die Gruppenrichtlinien-Verwaltung und wir legen ein neues Objekt an. Rechtsklick und dann wähle ich Neu aus und ich sage hier WinRM Settings. Okay, und nun bearbeiten wir das Gruppenrichtlinien-Objekt. Der Gruppenrichtlinien-Verwaltungs-Editor startet und wir können direkt beginnen. Zuerst einmal navigieren wir zu den Richtlinien und dann wählen wir administrative Vorlagen aus und in den administrativen Vorlagen verwenden wir die Windows-Komponenten und wir navigieren sehr weit nach unten und anschliessend finden wir das Remote Management. Und noch weiter nach unten und noch weiter nach unten. Und hier haben wir Windows Remote Verwaltung. Wir haben Windows RM Client und WinRM Dienst. Wir brauchen den Dienst. Also navigieren wir hinein und ich wähle hier Remote Server Verwaltung über WinRM zulassen. Doppelklick und wir aktivieren diese Funktion. Und wir setzen beim IPv4 Filter einen Stern ein und beim IPv6 ebenfalls einen Stern. Das heisst, wir erlauben die Verbindungen egal von welcher IP-Adresse aus. Also keine Einschränkung. Wenn Sie das etwas einschränken müssen, dann sprechen Sie sich ab, zum Beispiel mit dem Netzwerkadministrator, damit Sie die richtigen IP-Adressen hier pflegen können. In meinem Fall ist das alles in Ordnung. Ich wähle übernehmen und OK. Gut, jetzt haben wir einmal WinRM konfiguriert. Jetzt müssen wir den Dienst konfigurieren. Das heisst, der entsprechende Dienst soll gestartet werden. Also werde ich das Ganze minimieren. Dann wählen wir die Windows-Einstellungen aus. Dann wählen wir die Sicherheitseinstellungen aus. Dann wähle ich hier Systemdienste aus. Und ich navigiere ebenfalls wieder weit nach unten und das Ganze etwas grösser machen. Und wir sehen hier Windows Remote Verwaltung. Doppelklick. Dieser Dienst möchten wir, dass er gestartet wird. Und zwar automatisch. Das heisst, nach jedem Start des Systems soll dieser Dienst auch wieder mitgestartet werden. Übernehmen und OK. Und jetzt die letzte Konfiguration, die wir machen müssen. Wir müssen die Windows Firewall anpassen. Wir öffnen die Windows Firewall. Wir konfigurieren eingehende Regeln. Wir wählen eine neue Regel aus. Anschliessend möchte ich unter Vordefiniert die Regel auswählen. Und ich navigiere hier nach unten und wir wählen aus Windows Remote Verwaltung. Es geht weiter und jetzt erhalten wir folgende Information. Diese Regel wird für alle Profile angewendet. Für das öffentliche Profil, das Domänenprofil und das private Profil. Es geht weiter und dann möchte ich die Verbindung zulassen und fertigstellen. Und jetzt können wir den Gruppenrichtlinienverwaltungseditor schliessen. Wir müssen das Gruppenrichtlinienobjekt noch an die richtige Organisationseinheit verknüpfen. Das ist Desktop. Rechtsklick. Vorhandenes Gruppenrichtlinienobjekt verknüpfen. Wir wählen hier unser Gruppenrichtlinienobjekt aus und dann klicken wir auf OK. Und jetzt müssen wir nur warten, bis sämtliche Client-Systeme, die in dieser Organisationseinheit vorhanden sind, in meinem Fall nur das eine, Client01, warten, bis die Gruppenrichtlinien abgearbeitet wurden. Das werden wir jetzt selbstverständlich nicht. Ich werde da nicht warten, weil ich möchte Ihnen das zeigen, wie das funktioniert. Zuerst einmal GP Update Slash Force. Die Gruppenrichtlinien werden abgearbeitet. Und anschliessend prüfen wir, ob das auch funktioniert hat. Ob die Gruppenrichtlinien abgearbeitet wurden. Und Sie sehen, da gibt es noch eine Meldung. Aber das interessiert uns nicht, weil das ist die MDM-Policy. Also werde ich nun zuerst einmal prüfen mit GP Result Abstand Slash R, was denn nun abgearbeitet wurde. Navigieren nach oben. Und wir haben hier unsere Gruppenrichtlinie WinRM Settings. Die wurde abgearbeitet. Das heisst jetzt also, wir verlassen den Client01. Navigieren zurück zu DC01. Öffnen wieder die PowerShell. Und mit der Pfeiltaste nach oben können wir den letzten Befehl wiederholen. Drücken die Enter-Taste. Und jetzt warten wir. Aha, bingo. Haben Sie gesehen. Client01. Wir sind nun verbunden von unserem Serverbetriebssystem aus zu unserem Clientbetriebssystem. Zum Windows 10 Betriebssystem. Jetzt haben Sie gesehen, wie Sie mit einem Gruppenrichtlinienobjekt die PowerShell Remote Verwaltung für die Windows 10 Systeme beispielsweise aktivieren können. Und ab jetzt steht Ihnen nichts mehr im Wege, um die Systeme mit der PowerShell Remote zu verwalten.